Herzlich Willkommen hier im Experience Center von Uhrenarmbandshop.de. Ich bin Lynn, ich bin Uhrenarmbandexpertin von Uhrenarmbandshop.de. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie einfach es ist, ein Uhrenarmband selbst zu wechseln. Hierfür brauchen wir einmal eine Uhr mit einem Lederarmband und das Federstegenwerkzeug. Wir schieben das Armband jetzt etwas zur Seite, jetzt wird die Federstege sichtbar und wie Sie sehen, hat die Federstege einige Einkerbungen. Wir nehmen uns das Werkzeug mit der V-Seite und schieben das Band zur Seite. Man setzt es zwischen Band und Uhrengehäuse in die Einkerbung und drückt die Federstege ganz leicht herunter. Die Federstege bleibt im Band drin. So einfach ist es, das Band herunterzunehmen. Jetzt werde ich zeigen, wie Sie das Band wieder befestigen. Wir setzen die eine Seite der Federstege wieder ein und legen die andere Seite auf die Rückseite. Wir nehmen die Rückseite, damit wir die Vorderseite des Gehäuses nicht beschädigen. Wir nehmen das Werkzeug wieder mit der V-Seite und drücken die Federstege herunter. Rütteln Sie noch einmal und schauen, ob das Band gut befestigt ist. Fertig. So einfach ist es, das Band selber abzumontieren und wieder zu befestigen. Ganz viel Erfolg bei deinem nächsten Austausch.